ok da oben auch noch was oh Vogelmama.. schön soll ich denn da rankommen? aber ich will einen Furzklon haben will ich ganz viel Anlauf nehmen.. hör, high you did! Nein. Okay ballet clefme es, dann lass ich den jetzt in ruhe. Ah hier kommienen riesenflammen. B喜妳! внимание auf den griffelden Monduma ja immer rieber sein wie er inbequemer passionate helmet Da hätte ich jetzt keine erwartet. Oh, wow, 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 wow. Ah! Aber ganz schön Feuer unterm Hintern. So. 970. Und ein Halo. Oh, ho, ho, ho. Okay, ist hier sonst noch irgendwo was? Nö. Bisher ist das Spiel noch relativ einfach, wie ich es in jedem Spiel sage. Ah, ich will es nur noch mal betonen. Oha. Ei, ei, ei. Furzklon, auch 7 Stück. Oh. Okay. Uiuiui. Pfff. Okay, da muss man ja eigentlich runter können, sonst wären ja nicht so viele Lehmkugeln. Oha. 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 Ich weiß nicht. Na komm, gehen wir erstmal hoch. Oh, die will ich haben, die will ich haben. Ich stehe auf Lehmkugeln. Ich stehe auf Lehmkugeln. Lustige Flattermänner. Oha. Oh nein, 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 nein. Oha. Pfff. Okay. Oha. 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 komm ich in 70er jahre bonus level ich kann mich aber nicht mehr erinnern dass ich da schon mal war das zweite 1970 habe ich also was ich gerade eingesammelt hat das habe ich glaube ich noch nie eingesammelt und vielleicht schaff ich dieses dieses jahr dieses mal ist ja so jetzt wurde krieg ayer aua so ist hier noch irgendwas okay das war doch ein anderes level mit diesen von plattform zu plattform springen werden im wasser ist hier gibt es nur viele flammen blub blub phoenix sie wieder feuer verstanden okay okay ich habe es mich fühlen Ah, der dritte Queer. Wunderbar, das ist ein Bonuslevel schon wieder. Sicher. Oh, ah, ah, so. Warte, unten noch was? Okay. Das war ein Sprung ins Leere. Aber ich will damit gerechnet, dass jetzt wieder zwei von diesen Aufzügen sind. Komm her. Komm her. Geht over here. So. Ah, nein. Oh, pfuh. Ich wollte es auch wieder wissen, ey. Wo ist denn jetzt hier der Moped-Aufzug? Jawohl, da ist ein Bonuslevel. Oh, 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 oh. Das ist eigentlich immer schon fast ein Zeichen dafür, dass wir die Welt fast geschafft haben. Bonus-Woods. Ein schönes Lied. Ganze Menge Geschenkkugeln. Okay. Okay, in eine komme ich nicht mehr dran. Die eine fehlt mir da oben so. Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, weee. Oh, weee. Oh, weee. Ah, es wird schon wieder eine, ey. Ich kriege doch zu viel. Einen Limmkupel zu verpassen ist zwar nicht schlimm, aber... weiß nicht. Hier ist noch was, da ist noch was. Ja, Abgrund. Okay. Komm, jetzt hier das Eis-Level. Oh, oh, oh. Nööööööööö. Hier geht's nämlich schießen, der Gegner. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Dumm, 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 dumm. Dumm, 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 d Vielen Dank, dass du so schnell zurückgerufen hast. Der verdammte Clogmonkey lässt meine Leute an einer gefährlichen Maschine namens Evil Engine Nummer 9 arbeiten. Damit will er The Neverhood zerstören. Anbei findest du eine heilige Wurzel, die dir helfen wird. Dein Jerry O. PS. Die Wurzel nicht essen, sonst bekommst du fürchterlichen Juckreiz. Die Wurzel nicht essen, sonst bekommst du fürchterliche Wurzel. Die Wurzel nicht essen, sonst bekommst du fürchterliche Wurzel.